Niklaus von Dissbach war schultheiß der Stadt Bern, Leben. Niklaus von Dissbach war der Sohn des Leu von Dissbach, der durch Heirat mit Clara von Böhrenher zu Signau geworden war. Er heiratete in erster Ehe 1449 Anna von Rüsek von Luzern und in zweiter Ehe 1467 Barbara von Scharnachtal, Tochter des Kaspar von Scharnachtal. Dissbach absolvierte ab 1439 in Basel bei Wernling von Kilchen, Vorsteher der Heilwiesengesellschaft, eine kaufmännische Ausbildung. Anschließend stieg er in die Dissbach-Watt-Gesellschaft ein und begab sich auf mehrere Reisen, darunter auch nach Barcelona. 1450 gelangte er in den großen Rat der Stadt Bern, 1452 bereits in den kleinen Rat. In den Jahren 1465 bis 1466 und 1474 bis 1475 war er schultheiß von Bern. Gemeinsam mit seinem Vetter Wilhelm von Dissbach unternahm er eine Pilgerfahrt nach Jerusalem und dem Sinai, wo beide zu Rittern des Katharienklosters geschlagen wurden. Im Jahr 1469 gelang es ihm, die letzten fehlenden Anteile der Herrschaften Dissbach und Worb der Geschlechter von Kirchen und Bocas an sich zu bringen. Im Twin-Cairn-Streit kämpfte er mit seinem späteren Gegner Adrian I. von Bubenberg um herrschaftliche Rechte.